Ich hab' willkommen zum heutigen CSGO-Video. Ich habe... hey, 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 hey... Ähm... Leider überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen, beziehungsweise kaum Zeit, aber... Hey, Bre! Ähm, ich muss doch irgendwas machen, ne? Es ist jetzt 3 Uhr nachts, der Stream ist gerade vorbeigegangen und ich dachte mir, ich hustle noch was Leckeres für euch hin und darum mach' ich noch schnell ne Runde Arms Race und erzähl' so ein bisschen, wollt' mich eigentlich mehr oder weniger bedanken. Es soll so ein großes Dankeschön-Video sein für eure ultra-krasse... Oh, fuck! Stream-Action. Also ihr seid so übel, krass mit am Start, ne? Wir sind in letzter Zeit immer wieder mehr und, äh, ihr haut mir das Zeug raus, das ist der Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank für eure ultra-krasse Unterstützung. Ah, vielleicht kann ich ja noch aufholen. Der eine hatte, glaub' ich, schon 5 oder 6, als ich angefangen hab', aber das müsste doch easy drin sein. Komm her. Ähm, ja. Oh no! Oh, boi! Er hat den... er war gar nicht... Ich dachte, wir hätten ihn gekillt. Ja, also... Es ist krass wie... Also natürlich seid ihr auf YouTube auch. Ich glaub', das brauch' ich gar nicht zu erwähnen. Auf YouTube auch. Immer mehr am Start. Wir werden immer mehr. Und ihr seid ultra-mäßig am Kommentieren, was mich saumäßig freut. Ihr gebt Daumen nach oben und... Ich konnte nicht schießen. Und ja, er rastet einfach so krass aus und, und, äh... boostet alles in die Höhe. Und bei den Streams ist das halt dann nochmal so ein kleines... so ein kleines Extra. Weil man das halt auch direkt live bekommt. Also dieses Feedback. Hoppala. Na, also wenn ich da live bin, dann seh' ich ja direkt, was passiert und hab' sofort eure... eure Rückmeldung. Und da ist es natürlich bombastisch oder immer... immer wieder überwältigend, wie es so abgeht. Darum vielen, vielen Dank an euch. Ja, schöner Headshot, ich weiß. dass der auch ganz mittelbrechig, äh... genutzt hat er. Komm schon. Fuck, 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 ich häng! Nein! Oh Gott, dieser... dieser Luckboy. Widerlich. Oh oh. Wo spawnt der jetzt? Da hinten. Nein, 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 nein. Okay, ich bleib kurz. Ah, nein! Er weiß, wo ich bin. Shit. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Einfach für alles. Für die ganzen Skins, für die ganzen guten Zahlen, für die Daumen nach oben, für die Kommentare und so weiter und so fort. Boah, wie ich gerade aggressiv geguckt habe, Alter. Wenn ich es wieder bearbeiten, würde ich voll dran zoomen. Hallo? Aber ich bearbeite es nicht, weil ich no fucking time habe. Ja, gut. Aber au! Hab ich gesagt? Das hab ich. Bin... Oh, 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 mein Auge, mein Auge. Boah, als wenn eine Mücke reingelaufen wäre. Oh, easy. Wie ich gerade am Ausrasten bin. Ah! Auge juckt gerade wie die Sa... Oh, nein! Nein! Schade, ich hab der Wasch sogar schon angefrackt. Boah, was ist los? Ultra die Juckung im Auge. Juckung, bin ich hochgefahren. Hello? Und reiduck? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, shit, ich hab noch überlebt, krass. Nein, 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 aber nein. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Der eine ist schon bei 14, ich bin erst bei 10. Das merke ich halt, das Handicap. Aber komm, ich bin Profi. Ah, er hat mir den Kling geklaut, shit. Da hätte ich jetzt noch schnell drüber gemusst. Dann wäre ich auf 12 gewesen. Das wäre es vielleicht gewesen. Okay. Ah, dumm, dass ich rausgehe. Mal gucken, ob es noch was wird. Wo ist denn der Kerl? Ist der hochgegangen? Nee, ich gehe nicht da lang. Er hat noch keinen Knife. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Nein, 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 nein. Er ist rumgelaufen, shit. Vielen, vielen Dank. Einfach ein riesiges Dankeschön an euch. Ohne euch würde das nicht so gehen, weil ich dann keine Zuschauer hätte und nicht ständig Giftways machen könnte und so weiter und so fort. Dadurch nicht gut gelistet wäre. Bla, bla, bla. Es ist ein riesiger, positiver Teufelskreis. Es war eigentlich mein Kill, aber egal, Boys. Nein. Oh Gott, was für ein spannendes, knappes Ding. Alter, rollt ihr mich gerade? Da hinten war noch einer gesessen. What the fuck? Weg mit dem. Er ist nur noch eins vor mir, der andere. Das wäre krass. Ich glaube, ich habe noch nie mit so einem hohen Handicap gewonnen. Also, falls es was wird. Nein, er hat einen Knife. Ah, er hat einen Hedgehot gefressen. Da drüben ist einer. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay, immerhin hat er den gekillt. Das ist unser Kerl, der nicht knifen kann. Denn ich benötige jetzt noch... Oh Gott, der redet unten rein. Okay, okay. Nein, wie viel... Was habe ich dem anderen gegeben? Gar nichts? Da kommt jetzt gleich einer. Oder auch nicht? Shit, 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 krass. Der andere braucht ewig. Für das Knifte. Stehen geblieben? Ja, der ist gestorben. Da unten. Nein, 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 nein. Oh Gott, dieses Timing. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, das schaffe ich noch. Nase. Es kann jederzeit vorbei sein. Okay, 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 okay. Geblieben. Macht doch jetzt das Spiel zu Ende, verdammte Schweine. Okay, es ist leicht spannend. Nein, noch ein Knife. Noch ein Knife. Nein. 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 Will ich mich gerade freuen wie so ein Kind? Shit. Okay, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure überkrasse Unterstützung. Dieser Sieg war für euch. Verstehe ich. Der war für euch. Okay, gut. Ja, so weit, so gut. Das werde ich jetzt schön für 17 Uhr hochladen. Um 13 Uhr kam wie immer ein Overwatch, Overwatch, obwohl das heute auch nicht speziell ist. Also, es war kein richtiges. Overwatch dann auch was Spezielles. Aber naja, ihr werdet es ja sehen. Ja, also es ist immer wieder Wahnsinn, was da so, also an allem einfach rumkommt. Egal, was ist, ob es jetzt Skins sind oder eben Klicks, Likes, Kommentare. Weil die Kommentare rastet ja so aus. Also, das ist geil. Leute, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.